Die gleichen Fehler wie in der letzten Beziehung werden nicht mehr wiederholt. Elaine schließt das Kapitel und Jamo ist nun Geschichte. Die beiden lernen sich kennen. Und alle aus der Community konnten mitverfolgen, wie diese Liebe zwischen den beiden sich entwickelt. Aus Freundschaft wird dann wahre Liebe. Ein paar Monate geht es auch gut, dann gibt es die Trennung. Genau diesen Fehler will Elaine nicht mehr wiederholen. Momentan befindet sie sich im Urlaub und scheinbar ist sie nicht allein. Denn ein mysteriöser Mann ist an ihrer Seite. Nun stellt sich heraus, dass das ihr neuer Freund ist. Doch wer der Unbekannte ist, möchte sie noch nicht verraten. Außerdem betont sie, dass er kein Influencer sei oder Instagram besitzt. Er spricht auch kein Deutsch. Sie will diese Liebe geheim lassen und keiner soll von ihm erfahren. Immerhin könnte es deswegen scheitern. Ob sie in naher Zukunft ihre Meinung ändert und ihn doch mal vorstellt, ist noch unklar. Erst einmal genießt sie den Urlaub mit dem unbekannten Mann. Ihr werdet ihn nicht finden, also versucht es auch nicht. Es ist kein TikTok. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 physisch ist eine Funktion 되ste Information. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ethiopia dos